So Freunde, da wären wir wieder bei Golf With Your Friends und da vorne ist gerade irgendwo der Kalli durchgedüst, da war er. Ja, das habe ich auch gesehen. So, und wir sind jetzt bei der zweiten... Oh nein, ich bin raus, du bist schon mal einst. Ist egal. Na komm, mach mal schnell, schwupp. So, da ist er wieder. Würde ich sagen, mach mal go. Juhu. Das ist cool, dass er da hinten noch rum, furchtbar. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade voll der Brain-Tot bekommen und habe einfach auf Excel, also auf Dings, auf Back... Oh, was mache ich denn? Was zur Hölle? Ah, zu schwecken. Ich war noch im Practice-Mode gerade. Jibbi. Eh. Oh. Nein! Was war? Nein! Oh, Loi, Freddy. Genau das. Alter, dieses Drecks-Spiel. Ich dachte schon, geil, ich bleibe drauf liegen, aber Pustekuchen. Oh! Ah, muss ich halt drumherum. Ah, fängt der schon wieder toll an, ey. So ein Much. Dreht wird direkt getriggert. Ja, wenigstens war der Stoß hier gut. Bip. Ha. Der Stoß. Ja, nur eins schlechter als die anderen zwei. Passt schon. Kann man wieder aufholen. So, warte mal. Was war die Kacke? Bing. Oh, zweit. Komm, einmal rum. Einmal rum. Nein. Scheiße. Alter, aber nein! Oh, zu wenig. What the fuck? What the fuck? Wie ausrastet. Boogie, boogie. Oh. Du hattest fünf Stöße? Ja, weil ich zweimal aus Versehen irgendwie so nur ganz klein pimmelhaft gestoßen habe. Loser. Hattest du jetzt voll falsch an, aber... Kalle? Ah. Ja, ich habe am Anfang nicht... Oh, nee. Was war das denn? Oh, Gott. Hat gereicht. Gott sei Dank. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Das stimmt, wie das so los ist. Können wir so los sein zu lassen? Das wird eine Trigger-Runde, glaube ich. Kalle hat uns letztes Mal schon so abgezogen, ey. Der Sack. Oh, nee. Der fungert. Ja, oder auch. Hunde. Aha. Nein! Ich hasse so Dinger. Das hat sich auf einem Eschen-Mill. Du musst das so gut abpassen von der Stärke. Ach, siehst du, Alter, bist du wieder voll drübe. Oh, Mann. Oh, Kalle. Ah. Was war das denn? Ah, jetzt schnell ins Loch. Das geht doch nicht. Ich bin drin. Was mit dem Feetwart? Oh. Oh. Oh, Kalle hat's. Immerhin Boogie. Ja, Boogie hab ich aufgepackt. Der Freddy. Oh, Mann, warum packt das jetzt direkt? So ein Sack, Alter. Alle fünf. Ja, alle gleich viel. Boah, ey. Failure. Oh, nee, das ist die Kacke schon wieder. Ach, Godot. Ach, Godot, genau. Ach, du Gott. Godot. Das war zu weit. Oh. Nee, so knapp. Ich muss jetzt aber hier nur ein Stück weiter, sonst klappt das nicht. Fuck, Mann. Nein. Juhu, ich bin drin. Äh, so. Ah, zu wenig. Das hat den voll gut ausgesucht. Er ist einfach... So. Nee, doch nicht. Mh. Alter, wie geil wär der denn? Ja, Mann. Alter, er hat einfach direkt ins Loch geschossen. Alter, Skill. Das hört sich auch sofort falsch an, irgendwie immer, wenn er so direkt ins Loch schießt oder sowas sagen. Du denkst an, was hier jetzt passiert? Oh, 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 oh. Nee. Kalle, der hat sich... Oh, ich glaub, da hab ich meinen Vorsprung verspielt. Ah. Durchgefallen. Alter. Kalle, was schaffst du? Kalle, was tötest du? Eben noch hier so voll gerulet und jetzt kackt er ab. Zehn. Wrichtbar. Oh, oh. Das hat mir getan, ey. Zehn ist natürlich echt gut. Das wird hart aufzuholen. So, wo müssen wir denn hier überhaupt hin? Da unten. Ach, du Kacke. Hä? Ach ja. Ah, da ist eine Öffnung. Okay. Bitte nicht zu weit. Ja, ich bin drin. Birdie. Ja, Kalle, du bist auch drin. Klicher? Oh, was für ein Anlag. Oh, Freddy. Oh, Freddy. Das ist nix. Wieso? Alles gut. Ja, heute ist auch drin. Alles gut. Alles... Oh, nein. Ich erinnere mich. Oh, yo. Oh, nee. Oh, dat war nicht der richtige Winkel. Oh, Leute. Ich fliege einfach wieder komplett zurück. Ich auch. Was ist hier los? Oh, nein. Das gibt's doch nicht, ey. Kalli ist schon wieder drin. Der Sack. Oh, fuck. Der verhungert. Oh, nee. Alter, wie er so schwebt. Hals, Maul. Ah, doch. Alter, sieben, what the fuck. Alter, ich führe. Okay. So. Ähm. Vollgas. Oh, pff. Ah. Ich losse an. Frust. Lol. Lol. Ich habe mir verfolgt gegeben. Da fliegst du hinten gegen den Stein. Und da war ich drin. Alter, Freddy. Geil. Ich will mich verarschen. Junge. Was war denn das für ein Klitsch schon wieder? Beschwer dich nicht. Du hast einen weniger. Beruhig dich. Beruhig du dich mal. Boah, nee. Also, die Karte war richtig schlimm beim letzten Mal. Ja, da haben wir aber auch mit Eiern gespielt. Hier mit denen. Äh, das hat sich auch falsch angehört. Oh, oh, oh. Oh. Natürlich. Ich komme super durch und am Ende falle ich daneben daneben. Nyauu. Hui. Nein. Ich kann mich auch mal die Entholung und schaffen können. Wahrscheinlich eher nicht, oder? Ah. So krass. Dieses Stöhnen. Ah. Bitte, 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 bitte. Ach, meinst du. Den heute. Ah. Ja, den fällt, den kriege ich noch. Ach, Kalle, du kriegst ja ja auch nichts. Wir müssen über die Brücke. Da. Da hoch. Ah, zu kurz. Oh, jo. Jetzt bin ich unten. Ich auch. Okay, ich bin unter. Das war, glaube ich, sogar der beste Gezug. Oh, Mama. Verdammt. Pa, nice. Geil, Alter. Bitte, 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 bitte. Mama, das gibt's ja nicht. Ich fliege nur ein Millimeter daneben. Was machst du? Alter, Kalle, du bist ein Hund. Geil. Ja, ich hab jetzt auch sechs Züge gebraucht. Nio. Wo ist er denn hin? Ah, hier müssen wir einfach noch ins Wasser gewinnen. So war das. Into the Waters. Oh, Lord. Alter, Kalle. Das ist ein... Alter, du bist... Nee, 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 das waren zwei Schiffe. Okay. Alter, ist nicht dein Ernst. Hä? Schade. Alter, guck mal, ich hab da unter dem Rand gebackt. Was war denn das? Alter, wir würden sie verarschen. Hallo. Oh, nee. Ey, diese Fahnenstrange, die macht mich fertig, ey. Zack, hinein. Da brä die Finger weg. Nio. Ja, und? Oh, je. Einfach Vollgas. Genau, Kalle. Doch, Manno, warum bleibt er nicht einfach liegen? Was, ein Hund. Das kannst nur du. Schnauze. Oh, nein, nicht die Lipp. Bitte nicht. Oh. Oh, nö. Wo ich mich so gehasst hab, weil ich da direkt drüber gesprungen bin. Ja, da hattest du aber mit Hopp bist du da drüber gesprungen. Ja, klar. Warte mal. Das war's nicht. Ich probier jetzt mal das, was du gemacht hast. Oh, nee. Oh. Nö, das geht so nicht. Guckt euch mal, wie ich hier auf der Kante lieg. Wollt ihr euch links bei mir in der Wand? Ja, bei mir hinkst du auch daneben. Oh, nee. So, jetzt machen wir mal ein Trickshot. Alter, ich bin genau am Pfosten weggeglutscht worden, gell? Oh, schade. Alter. Boah. Nochmal. Und? Bam. Ah, da hat der Winkel nicht gestimmt. Was? Ah, das machen wir doch besser anständig. Oh, nein. Oh, mein Mann. Lustig. Wir haben keine Lust mehr auf das Spiel. Nein! Was war das denn? Ah, du bist hinten an die Kante geschoben. Ja. Bitte nicht! Ach, nein! Äh. Nein! Ich wittere meine Chance mit auf den Sieg. Alter, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Echt so. Wir haben doch nicht mehr so viele Züge. Alter. Vielleicht liegst du ja da immer raus. Out of Strokes. Fick dich, Uhrensohn. Äh, Uhrensohn natürlich. Äh. Was? Warum knutscht ihr da genauso weg? Ich verstehe es nicht. Ich bin da zehnmal in diese Ecke und ich fliege immer da raus. What the fuck? Das Spiel ist einfach scheiße. Äh. Bin immer noch in Führung. Gott sei Dank. Alter, what the fuck, Alter. Oh. Hier muss ich jetzt gucken, wie man das machen soll. Ah. Ach, du Gott. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Ja. Nein! Lauf doch Bär an der Wand entlang. Nein! Jee, ich bin drin. Du Sack. Alter, ich krieg's nicht hin. Und... Hep. Ich lieg im Sand. Hm. Bist du Sandmann, weil... Mit der Mütze? Sandmann, lieber Sandmann, es hat uns Spaß gemacht. Der Kalib braucht zehn Züge. Oh yeah. Alter! 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 Jetzt hat er aber noch reingehauen, ey. Er hat ja trotzdem acht Stück gebraucht, ey. Oh nein. Aber bei, diesmal mit wirklichen Kugeln soll's ja halbwegs gehen. Alter, Kalle im ersten Try. Ich auch. Ah, jetzt muss ich aber hier nachjustieren, oder? Ey, ich flieg natürlich wieder zurück. Guck dir doch mal den Scheiß an, Alter. Ui! Oh nein! Oh, Gott sei Dank, da ist ne Wand. Puh. Alter, ich flieg komplett aus dem Map. Ich bin drin. Halt die Fresse. Alter, da muss man jetzt hier auch noch zwischendrin das mitnehmen. Ja. Alter, Alter, ich flieg... Ooooooh! Ooooooh! Ach, schade. So knapp. Ey, wie unfair ist das denn? Ne, ohne Witz, das ist grad echt unfair. Wenn ihr das sehen würdet, ihr würdet übelst ausrasten. Oh, Junge, ey, ich hab gar keinen Lust auf den Scheiß. Bin schon wieder gleich bei 14. Ja. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiß. Ja, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Alter, gleich gibt's das. Ja, der hat... Freddy hat 14 Punkte Vorsprung. Ja, wenn ihr so schlecht seid. Och, Mann, ey, ich krieg hier... Warte, fuck, bei mir ist grad... Äh, äh, was? Hm? Okay. Nix, nix, nix. Ich bin grad einfach in der... in der... Träge liegen geblieben. Ja, ich hab's gesehen, das war ein bisschen interessant. War ein bisschen komisch. Jibiii! Oh, Mann, oh. So. Ja, so knapp. Puh, schade. Oh, schade, ich wollt eigentlich den Hubbel mitnehmen. Alter, springt der hier gut drüber. Naja, ich hab aber schon sechs Schläge, Alter. Sonst wär ich ja noch schlimmer dran. Und? Ihr Säcke, Alter. Double Luggen. Bleib ich eigentlich bei euch aus, oder habt ihr das Licht angemacht? Was? Hm? Bei mir leuchtet ihr so. Ja, das hier drin, weil die Beleuchtung... Ich glaub, du leuchtest nicht, weil du schwarz bist. Puh, pff. Pfff, pfff. Pfff. Pfff, pfff. Pfff, pfff. Ich leuchte nicht. Pfff. Pfff. Guck, wo ich bin. Was? Wie geil, da kriegt's auch was hin. Nee. Ich bin halt in die Vase geflogen und dann einfach weiter. Wie geil ist denn das, bitte? Alter. Jawoll. Hat's auch gepackt. Alter, jemand da drauf zu kommen. Nein! Alter, ich probier jetzt mal was. Das könnte klappen. Oh! Oh! Bin ich ein Gott oder bin ich ein Gott? Du bist ja ein Schwasser, Alter. Nein, Spackway. Wie kickt der das jetzt hin, ey? Das Lustigste ist einfach nur, er sagt einfach, ja, ich glaub, du leuchtest nicht, weil du schwarz bist. What the fuck? Nein! Ja, super. Ja, du hast halt ne schwarze Kugel. Und das Licht passt sich ja der Farbe an. Und schwarz ist halt... Ich dachte, das könnte man vielleicht direkt hinbekommen. Oh! Geklappt. Ich hab eh verloren, deswegen... Oh, der verhungert. Der ist verhungert. Santa Claus ist verhungert. Was? Lick weg! Arschloch! Oh! What are you doing? Das ist scheiß Hurensohn-Game. Es geht auf den Zack. Oh Junge, guck mal, wo ich jetzt liege, Alter. Ja, das war jetzt zu schwach. Ja, das war auch zu schwach. Und das hier ist zu stark. Oh, Loser. Ist da jemand etwas salty? Ne, überhaupt nicht. Hä? Hä? Wo lieg ich denn? Hey! Was ist denn das? Du liegst gleich, aber die Kamera wurde andersrum ausgerichtet, glaube ich. Kamera war nur falsch rum. Ah ja, das ist es. Ich hab nämlich auch gerade gehört, also, hey, warum liegt hier jetzt woanders? Oh, ich dachte schon, du kommst rein. Es ist einfach das... Junge, konzentrier dich mal! Einen hast du noch. 98. Dieses scheiß Game. Tschüss. Die zwei Bonuspunkte wolltest du noch haben, ne? Mhm. Hä? Ach so. Alter, wie soll das denn gehen? Ach so soll man das eigentlich machen? Juhu, ich bin dran. Nein! Der verhungert! Ich glaube, ich bin die falsche Seite rangegangen. Das hier sieht irgendwie schwer aus. Endlich, ich bin im Loch, Alter. Alter, wo lande ich denn da jetzt? Bin einfach runtergesprungen, Alter. Oh nein! Du landest einfach direkt da drüber! Du Pisser! Ah! Hallo! Ja. Das geht nicht. Was tust du da? Du kannst da hinten... Ja, ja. Och, nee. Fail. Ja, hier kassier ich ordentlich. Ja, ich kann nicht verlieren. Alter! So. Junge. Das hier ist doch wieder alles zum Mäusemelken. Hä? Was muss ich denn hier machen? Ich gebe einfach Vollgas-Kalle. Da vorne? Oder was? Ja, da kannst du auch runter. Da komm ich nicht hoch. Das war ja voll im Pulle. Lol. Dann liegst du grad perfekt scheiße. Also ich hab von da aus direkt runter geschafft. Ne, ich glaub, du musst so ein Stück zurück. Und zurück? Oder so. Keine Ahnung. Wird er es noch mit zwei Stößen schaffen? Wahrscheinlich. Ich frage jetzt eher, ob ich es in der Zeit schaffe. Jetzt war was spannend, sag Kalle. Hm? Ja, nee. Die Kamera war komisch, deswegen. Alter, mit 20 Vorsprung, Kalle. Bam! Furchtbar, ey. Das hier war die schlimmste Scheiße, die wir bis jetzt gespielt haben. Oh, Alter. Mr. Salty Boy. Schnauze Opa. Wie sagt man so schön? You win some, you lose some. Ach so, okay. Hm. So, dann wie immer, danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Runde mit Golf with your Friends. Tschüssi. Ciao.